Hallo liebe Schüler und herzlich Willkommen zu einer neuen Deutschstunde in unserem virtuellen Klassenzimmer. Die heutige Video-Lektion ist für die Schüler der 7. Klasse mit dem Thema berühmte Personen. Und das sind unsere heutigen Lernziele. Ihr werdet wichtige Informationen im Text über Hans Riegel und Margarete Steif finden und am Ende dieser Video-Lektion könnt ihr euer Stofftier oder euer Kuscheltier beschreiben. Was wir für heute brauchen, ist wie immer ein Heft oder ein Blatt Papier und einen Stift zum Schreiben. Außerdem braucht ihr Kopfhörer und einen Internetzugang. Falls ihr diese Lektion über unseren YouTube-Kanal verfolgt, wisst ihr sicherlich schon, dass ihr dieses Video wie auch alle anderen jederzeit anhalten könnt und eine Pause machen könnt. Danas вам trebaju bilježnica oder liste Papier und etwas für das Buches. Außerdem braucht ihr diese Lektion über unsere YouTube-Kanal-Kanal-Kanal-Kanal-Kanal-Kanal-Kanal-Kanal-Kanal. Könnt ihr erraten, um welche berühmten Personen es sich handelt? Hier sind einige Hinweise. Sie kommen aus Bonn, aus Deutschland. Sie sind schon über 90 Jahre alt. Sie sind etwa zwei Zentimeter groß. Sie sind süß und fast jeder liebt sie. Sie sind rot, blau, grün, gelb, orange oder weiß. Na, wisst ihr, wer das ist? Richtig! Das sind die Gummibärchen von Haribo. Heute werden wir lernen, wie die Gummibärchen entstanden sind und warum sie den Namen Haribo bekommen haben. Hans Riegel, 1893 in der Nähe von Bonn geboren, ist der Gründer von Haribo. Nach der Schule macht er eine Lehre als Bonbonkocher. Am 13. Dezember 1920 gründet er in Bonn seine eigene Firma. Der Name Haribo kommt aus den Buchstaben von seinem Namen Hans Riegel und seinem Geburtsort Bonn. 1922 erfindet Hans Riegel den Tanzbären. Der Tanzbär ist eine Bärenfigur aus Fruchtgummi. Aus dem Tanzbären wird später der international berühmte Goldbär. 1925 bringt Haribo ein weiteres erfolgreiches Produkt auf den Markt. Die Lakritze. Ab 1930 gibt es die Werbung Die berühmten Haribo-Goldbären gibt es ab 1960 in allen Läden und sind heute in über 100 Ländern zu bekommen. Und hier ist eure erste Online-Aufgabe. Scannt den QR-Code oder schreibt euch die Webseite ab bit.ly slash haribo123 und versuch die Online-Aufgabe zu lösen. Das ist dein erstes Online-Aufgabe. Hier kann man hier ein Video-Aufgabe auf dem Video-Aufgabe wie man den QR-Code scheniert hat mit deinem Webseite oder wie man diese Webseite beinrichtet hat und versucht zu lösen. Wenn ihr das Video-Aufgabe ist, kann man diese Video-Aufgabe auf dem Video-Aufgabe Woher kommt der Name der Firma Haribo? Ist du gerne Gummibärchen? Und kann man in Kroacien Haribo-Produkte kaufen und welche? Oder wie man in Kroacien geschgt sagt Witz Dok acontecer Wer ist wed Duck Und wo Dice Was man crazy Vaste darüber vos ، も어나vst Video-Aufgabe tf. 잘 causal работы Und hier die Lösungen. Der Name Haribo kommt von den Anfangsbuchstaben des Namens und Geburtsorts des Firmengründers Hans Riegel Bonn. Ich esse oder ich esse nicht gern Gummibärchen. A ist der Tagus dem Ogli Ovo Recheni zu sapoce, die sa ich mag, illi ich mag keine. In Kroatien kann man von Haribo kaufen. Na prazno mesto ste mogli upisati one proizvode, koje znate i koje se mogu kupiti utrgovinama. Das war unsere erste berühmte Person. Hans Riegel, der Erfinder der Gummibärchen. Kennt ihr vielleicht noch einen Bären? Wisst ihr, wer hier gemeint ist? Dieser Bär ist süß, weich und kuschelig. Richtig, es ist der Teddybär. Wusstet ihr, dass der Teddybär eine deutsche Erfindung ist? Hier ist die Geschichte vom Teddybär. Der Teddybär von Margarete Steif ist am 24. Juli 1847 in Gingen an der Prenz in Baden-Württemberg geboren. Margarete geht zur Schule und macht eine Ausbildung als Schneiderin. 1874 öffnet sie ihre eigene Schneiderei und verkauft selbst genähte Kleidung. Fünf Jahre später, 1879, näht sie den ersten kleinen Elefanten aus Stoff. Die kleinen Stofftiere sind bald ein beliebtes Spielzeug für Kinder. 1890 gründet sie die Firma Margarete Steif GmbH. Dann näht sie auch kleine Affen, Esel, Pferde, Kamele, Schweine, Mäuse, Hunde, Katzen, Hasen und Giraffen. 1902 kauft ein amerikanischer Händler 3000 Bären. Der Bär wird ein großer Erfolg in den USA und bekommt 1906 den Namen Teddybär. Der Name Teddy kommt vom amerikanischen Präsidenten Theodore Teddy Roosevelt. 1907 stellt die Firma Steif schon fast eine Million Teddybären her. Der erste heißt 55PB. Warum? Er war 55 Zentimeter groß, aus Plüsch und beweglich. Margarete Steif, die Erfinderin vom Teddybären, stirbt am 9. Mai 1909. Und hier ist eure Aufgabe zum Teddybären. Lest euch die Sätze durch und entscheidet, ob sie richtig oder falsch sind. Sie kommen aus Deutschland. Sein Familienname ist Stift. Die Firma Steif produzierte 1902 den ersten Teddybären. Der erste heißt 55BB. Er war 55 Zentimeter groß, aus Papier und beweglich. Die Firma Steif produzierte 1902 den ersten Teddybären. Die Firma Steif produzierte 1902 den ersten Teddybären. Der erste Satz, sie kommen aus Deutschland, ist richtig. Sein Familienname ist Stift. Falsch. Sein Familienname ist Steif. Die Firma Steif produzierte 1902 den ersten Teddybären. Richtig. Der erste heißt 55BB. Das ist falsch. Der erste heißt 55PBB. Und er war 55 Zentimeter groß, aus Papier und beweglich. Der Satz ist falsch. Er war 55 Zentimeter groß, aber aus Plüsch und beweglich. Und hier ist eure nächste Aufgabe. Versucht, auf folgende Fragen zu antworten. Wie findest du Teddybären? Hast du ein Stofftier? Was ist dein Lieblingsstofftier oder Kuscheltier? Und beschreiben es. Vaš je sljedeći zadatak odgovoriti na ova pitanja. Kako ti se sviđaju plišani medvjedi? Imaš li kod kuće plišanu životinju? Koja je tvoja omiljena plišana životinja? I opiši umalo. Rečenice možete zapisati u vaše bilježnice, stoga ovdje možete zaustaviti ovu video lekciju kako biste imali dovoljno vremena za rješavanje ovog zadatka. Und so können eure Sätze aussehen. Ich finde die Teddybären schön oder süß oder hübsch. Oder ich mag keine Stofftiere. Mein Lieblingsstofftier ist ein oder eine, sein oder ihr Name ist, seine oder ihre Farbe ist. Und ich kann mein Kuscheltje beschreiben. Hvala na pažnji i do našeg sljedećeg druženja. Lijepi pozdrav!